Moin moin und hallo Leute. Willkommen zurück zu Brutal Legend. Wir stehen mit dem guten Eddie Riggs und unserer Armee vor dem Toren oder vor dem Meer der schwarzen Tränen und es wird Zeit. Es wird Zeit anzugreifen. Es wird Zeit, Ophelia zurechtzuweisen und zu vernichten. Es wird Zeit, dieses Land in Frieden zu höhlen und endlich aufzuhören mit dem Krieg. Vielleicht können wir Ophelia retten. Zack, ich springe mal auf die Bestie. Oh shit, du bist jetzt direkt hin. Ich brauche direkt Verstärkung, aber nicht zu knapp hier. Fuck me. Okay, wir brauchen hier die mobile Bühne, genau. Zack. Und jetzt brauchen wir hier ein paar von den Dicken und hier auch noch ein paar Basilisken, ein paar Heiler. So, das müsst ihr reichen. Was ist das? Shit, die sind durchgekommen. Wo, 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 wo. Alter, die mit den Zinser hauen, aber hauen die rein. Legg mir doch am Sack. Aber. Ach shit, ich kann das gar nicht mehr machen. Verdammt. Wollen wir den Turm da hinten angreifen? Die Schweine. Wo ist die Toren? Niemals kriegt ihr mich. Ich sag euch das. Ich mach euch kaputt. Komm schon, Jungs. Seh zu. Ab nach rein. Defendet den Shit hier. Stirb. Sensen, Mann. I'm afraid of no death. Wunderbar, ich hab's verteidigt. Alles klar. Nach da vorne hin. Ein bisschen nachproduzieren hier. Shit, ich hab schon wieder ein Limit erreicht. Egal, diesmal hab ich ja mal eine dicke Armee. Und diesmal werde ich auch den Zeppelin einsetzen. So, noch ein Heiler. Wunderbar. Jetzt sind wir zu. Jetzt brauch ich nur noch hier. Na komm, produzier mal ein bisschen. Produzier doch mal ein bisschen schneller. Nutze die Teamaktion des Felsbrechers. Ja, kommt schon, Jungs. Schön nach da hin. Da, wo es leuchtet. Da, wo es leuchtet. Da findet es. Folgt dem Stern. Von Bethlehem. In die Vernichtung. Los, Mädels. Was kann ich eigentlich hier mit dem Ding drinnen machen? Blade Hedge Angriff. Wow. Dieses Ding ist übel. Alles klar. Wow. Wow. Was hab ich gemacht? Wow. What the heck? Nice. Das Schwert von Ragnarok. Ragnarok. Wunderbar. Sammeln. Falsche Tasse gedrückt. Kommt, Lungs. Ab hier hin. Bleib hier alle. Sammeln. Wo bleib hier? In honor of Ragnarok, let us ride together. Angriff. Ich spiele hier schneller mein Zeppel. Song. Yay. Kommt da angeflogen. Wow. Ich freue mich schon mal gerade dabei sind. Ich will die schon mal hier die Produktion haben. Hat das gereicht? Hab ich ihn gespielt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Show's over that way. Wollen wir nachproduzieren hier. Noch ein paar Händchen Männer. Kommt, das muss doch hier. Haben wir einiges weggewarnt. Nein, die haben eine Bühne zerstört. Verdammt. Ihr Schweinepriester, ihr verdammt. Das kann nicht wahr sein. Aber da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel was zu haben. Komm, wir bauen ja nur eine Bühne und dann ist gut. Vielleicht soll ich sie nicht versuchen, hier totzuschmeißen. Genau. Das ist alles, was sie noch haben, ey. Jetzt mach ich mir auch mal hier die Hände schmutzig. Reicht nämlich. Puh. Jungs, ab nach vorne. Damit er auch hier... Ich hab's nicht gespürt. Ist doch egal. Ab nach nach vorne hin. Alles, was geht. Alles an Kräften, die wir haben. Nach da vorne hin. Das ist ein Verdammt. Schwinde. Stirb. Oh, Kattenmissau. Ich hasse die Typen. So, down ist er. Wunderbar. Gut, eben nochmal schnell zurück. Ihr wisst, wo ihr hin müsst, Leute. So, noch ein paar Dicke. Hier, so, hier. Davon nochmal ein bisschen was. Davon kann auch nochmal ein bisschen was. Alle schön nach vorne. Alle ab nach vorne. Hier um den Raider kümmere ich mich. Bleibst du hier? Hm. Ja, der ist hin. Ach, guck mal hier. Haben sie abgerissen. Das kann ich aber nicht gut heißen. Dann haben wir eben schon wieder auf dabei. Also sonst noch was abgerissen? Nö, ne? Sonst ist alles. Sonst ist alles. Tutti. Der ist wunderbar. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ich stelle nochmal ein bisschen was nach. Hier so. Wunderbar. Ach, da ist doch so viel in Produktion. Leck das. Wunderbar. Ja. Komm hier. Mach Ophelia Platz hier. Frisst das, Ophelia. Blainhenge. Rules. Gavems. Leise hin. Da wurde sie vernichtet. Wunderbar. Ich schweb nochmal kurz zurück. 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 Und bestell nochmal ein bisschen was nach. Hier so. So ein Dr. Fistos ist doch geil. So. The light's shining. Find it. Ja. Wunderbar. Ab nach vorne. Gib Gas. So. So, Ophelia ist hingerichtet, ne? Ihr Ding ist weg vom Fenster. Oh, da unten stehen noch ein paar. Okay. Dann brauche ich doch noch ein bisschen was zu heilen, wa? Habe ich da überhaupt noch so fähig und die Möglichkeit? Komm, Olle. Du weißt, wo du hinreiten musst. In den Sonnenuntergang. Zusammen mit mir. Aber zuerst müssen wir erst die Puhlchen hier kaputt machen. Ach, das ist der Sound des Sieges. Ab auf die mobile Bühne. Folgt mir. Ja. Was hält mir? Ihr seid weg vom Fenster. Komm schnell. Wo war das Schwerd? Na, ist es. Zack. Und stab. Biste hier. Beste hier. wieder sammeln wo wie soll ich denn hier durchkommen ach das sind Türme, wa alles klar, ich weiß bescheid ich weiß nicht was ich mach das so ich bleib erstmal hier ich brauch Boxenleute ich brauch die Boxenleute damit die nämlich alleine und nur die hier, Elite, kannst du nicht da hinten rennen kann ich da ja, da, da, da mal davon bauen wir ein paar und wenn wir die gebaut haben greifen wir hier die Türme an, denn die müssen wir weghauen so, lass uns mal schauen na, die haben da nicht mehr viel viel ist das nicht mehr ich kann aber auch noch nicht wieder die Produktionsbremse spielen komm hier, das ist doch ein sicherer Sieg das ist doch locker durchgerannt hier geht auch schon mal da hin kommt hier Boxenleute Packesel Moolies Rowdy Moolies Wo bleibt er, da sei der oh, wir waren an der Tür komm, ihr wisst wohl das Licht folgst du dem Licht was ist hier los verdammt alter, dieser dreckigen verfluchten Wichsreiter zerstört einfach mal alles zerstört einfach mal alles die haben jetzt alles dezimiert schau wieder oh, fassbar so, wo bleiben ja meine Boxen tun wunderbar so, wie war das noch mal ok 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 wie war das jetzt ich hab die Tür markiert D drücken Drei ok und loslassen ok greifen Sie es auch an? ich weiß es nicht die kriegen das nicht angegriffen wie soll ich das denn fertig machen oh jetzt sagt bloß ich brauche eine dicke Bühne eine mobile Bühne Felsbrecher um die Tür mal auszuschalten oh ich soll auch die Tipps lesen die da unten stehen das ist wieder da haben wir den Felsbrecher da haben wir den Felsbrecher wenn ihr wollt produzieren wir auch mal so noch mal ein bisschen was nach so verdammt ey da brauche ich echt den Felsbrecher um die Tür mal auszuschalten na gut das hätte ich auch vorher lesen können aber ich zieh mal hier meine Leute ein bisschen zurück guck mal hier hin weil wenn da vorne gleich welche ups wenn die nämlich da kommen sie schon die nächsten los 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 wo weiß man wo weiß man wo weiß man wo weiß man das muss gewonnen werden ja alter diese verflucht wo weiß man 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 two kreppier ihr mondst Fickern ihr schweinepriester hier dagegen Ja komm, 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 feuerfrei. Zack, da ist der Turm innen. Komm, jetzt schau ich doch noch hier. So, zack, komm schon, komm schon. Energie, wo bleibst du? Da ist er, alles klar, wunderbar. Zack, da ist auf der Turm innen. Shit, du kommst zurück. Jetzt muss ich meine Armee sammeln. Gott, verdammt. Ich hab hier hinten, ja Gott sei Dank noch ein bisschen was stehen. Okay, wir brauchen ein... Wir brauchen hier von was. Wir brauchen hier von was und wir brauchen natürlich auch hier von was, wenn wir schon dabei sind. Hier von auch noch was. Dann kommen wir wieder auf. Schauen wir mal ein bisschen die Feindbewegung an. Okay, die kommen mit riesen Schlippen auf uns zu. Und zwar nicht zu knapp. Zum Licht, Leute, zum Licht. Verteidigt es mit eurem Leben. Wir dürfen jetzt nicht failen. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Hätte ich das vorher gesehen mit den scheiß Türmen, Alter. Wenn das kein Problem bleibt. Was ist das denn für ein Baum, Alter? Was ist das denn für ein Baum, Alter? Was ist das denn für ein Baum, Alter? Und es hat Kröse in es. Der ganze Kloch. Da ist einfach am Abbauch. Die zerreißen uns bestimmt hier jetzt. Ich quitte. Dieser Baum ist furchterrängend. Oh Gott, nein. Wir kriegen voll aufs Maul, oder? Ich weiß, was du möchtest. Wir kriegen voll aufs Maul. Warte, ich muss die Dinge jetzt brenzen. Produktion. Äh, Produktion. Sorry if I messed up your batting order. Hm. Hoffentlich bleib ich hier unbemerkt. Lange genug, um hier das Solo zu spielen. So. Hoffentlich erwischt der Zeppelin schon ein paar Leute. Oh, fuck. Da wär so'n knöppet Kackding in hier, Alter. Meistens bin ich da, Alter. Ich sag, bitte erwisch ein paar. Komm, erwisch den Baum. Der Baum sieht verdammt gefährlich aus. Wie das einfach kein Schaden macht. Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Ich bin doch voll mit geh fliehen. Alter, diese Stromkarren, Alter, geht mir so auf den Sack. Nein! Das war doch schon gewonnen. Was passiert hier? Ey, diese Gothic-Huren. Diese verdammten, dreckigen Mist-Säue. Das kann doch nicht sein. Es war doch schon, es war doch schon, es war doch schon gewonnen. Und mit dem letzten Angriff kommen sie ja an und die sind einfach sowas von übermächtig, ne? Warum? Warum? Wieso? Das war der Mann, der von einer Brücke fiel. Verdammt! Fuck! Ja, Freunde. Es sah alles nach Sieg aus. Es sah nach einem totalen Sieg aus. Und was ist draus geworden? Eine komplette Niederlage. Seht ihr das? Wie overpowered die sind? Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Na gut, hätte ich vielleicht die, hätte ich es eher gecheckt, dass ich die Türme da wegblasen kann und hätte nicht einfach meine ganzen Einheiten in den Tod geschickt, wäre das vielleicht dann doch noch siegreich gewesen. Hätte, 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 hätte meine Tante Klöten, wäre es mein Onkel. Ob wir es tatsächlich schaffen, Ophelia fertig zu machen, seht ihr in der nächsten Folge Brutal Legend. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auf meinem Kanal vorbei, da gibt es viele lustige andere Videos von mir, die genauso schlimm sind. Und schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, jeder Like hilft, danke. Ich würde mich freuen. Bis dahin, reingehauen! Bis dahin, reingehauen!